Hier ist Sonnenhof, Groß Asbach, Buschi, ein neuer Mann kommt rein. Ja, und der Trainer hofft natürlich, dass... Und jetzt ein Schuss! Ein fantastisches Tor! Jo, sie spielen die Überzahl gut aus und belohnen sich mit diesem Treffer. Geduld bewiesen, und das musst du auch, wenn du zahlenmäßig überlegen bist. Tolles Tor per Volley! Das war natürlich alles andere als einfach. Tolle Aktion! So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, weil...